oh man ricardo sag mal mehr ich will nicht die ganze zeit allein die leute halten du sagst zu wenig hier frag mich mal ich bin ja auch noch der aufnehmende aufnehmer doch jetzt kommt wieder der sprung und ricardo hat ihn geschafft und ricardo hat den anderen sprung und was ist das jetzt für ein assi alter wie asozial och ja wie asozial ist der drei blöcke nach vorne und einer nach oben wie soll das funktionieren natürlich funktioniert das ach scheiße ricardo ich glaube dass der ersten schweren sprung geschafft hast dann den zweiten verkacken hat ja hoffentlich wirst du dir das dein leben lang nachhalten weil ich jetzt gleich gewonnen habe ich dir das ziel schon was siehst du das hast du direkt vor mir einen tod bekommen katze geht es hier hoch jetzt sind und jetzt kommt ja da hat er den sprung da hat er ihn scheiße muss das jetzt hier hingehen ich hab keine leute ich hab keinen nerv mehr wollen die da dass ich um die ecke springe oder wie was ist mein plan warte noch länger ich sag mal was ist was ist nicht der plan die map zu gewinnen ich verstehe ich sprünge nicht muss man da um die ecke springen nein never never ever och ihr scheiß huren ach ich nein und ich falle komplett runter ach du kacke bin ich so ne hier geht es wahrscheinlich nicht lang vielleicht weiter nach oben onze schlangen och man so ich bin auf jeden fall mal ganz oben jetzt wo geht es als nächstes hin oh bitte sag mir dass ich jetzt hier nochmal irgendwie auf die schlange drauf komme oh bitte sag es mir oh bitte oh gott sei dank geschafft geile josh kumpe willi ich habe den sprung auf die schlange nochmal geschafft oh nein okay ich bin auf der Zunge von der schlange oh man ich glaube wenn ich hier fertig bin werde ich erstmal ne pause machen von allem von meinem leben och man bist du schon runter gefallen wieder natürlich ist er wieder runter gefallen aber nicht komplett aber nicht komplett oh wenn ich mir jetzt schon wieder überlege was da gleich schon wieder für sprünge auf mich zukommen werden na gut wenigstens bin ich wieder oben drauf bim man und wieder runter oh ja kann nicht sein ich habe nur gerade gemerkt dass man die map einfach mal wegcheaten kann ich habe nämlich gerade übelst gearscht hier du kannst hier einfach was überspringen du kannst hier einfach zwei harte sprünge oder drei harte sprünge überspringen gerne das siehst du dann im video so ich bin damit wieder auf der zunge ich bin damit wieder runter gefallen ja gut aber ich weiß ja jetzt wie ich so ein paar sprünge überspringen kann da bin ich wieder oben da bin ich wieder unten oh ich bin schon wieder runter gefallen jetzt weiß ich dass man hier irgendwas überspringen kann und dann denke ich ich bin da über pro oh man ey das ist so geil survival game tricks ftw ich sage nur eins du kannst ja nichts abbauen auch in survival games nicht und wenn du dann halt mal ein loch reinfällst survival games ist mir bewusst und wenn du dann trotzdem mal ein loch reinfällst aus dem du nicht mehr rauskommst kommst du trotzdem raus mehr sage ich nicht warum sollte ich hier ein loch reinfallen nee das ist ja nur ein anderer tipp gewesen oh jetzt fange ich schon wieder an übermütigt werden ne ich hab ich bin schon wieder nicht gesprungen alter ich hasse das ich wollte eigentlich den Part enden aber ich weiß noch nicht wie ich das alles mache gleich mal ohne absage und ohne anrede ja absage und anrede das was du nie kennst ne du hast mich noch nie mit Herr Kartoffel angeredet immer nur mit Willis Matschkartoffel soll ich wieder anfangen zu freestylen ne 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 das war doch schon mal der Beat mach den nochmal hehehehe alter pfff ah hehehehe 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 hab keine Lust mehr die Map Villit oh ich verkacke jetzt schon wieder die 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 Konzentration muss oben bleiben Riccardo das weißt du hoffentlich ich hoffe das kannst du auch irgendwie dazu muss man ja mal den scheiß Sprung schaffen also ich muss sagen äh so ein paar Sprünge besonders die am Anfang die gehen jetzt schon wie Buddha ja ja aber ich häng schon wieder an dem scheiß Eck Sprung ne welcher Eck Sprung denn der direkt am Anfang kann nicht sein kann nicht sein so ein scheiß Motherfucker Sprung hehehehe so jetzt würde ich sagen cheaten wir nochmal ein bisschen vielleicht gibt's ein Rage Quit so der Sprung die Sprünge waren dann auch geschafft hehehehe scheiße ich lauf ja immer noch einmal unnötigerweise rum Juuuut dann nochmal ab in die Schlange was ach wisst er was ich alter dann rennt mal mit Sprung auf den Block zu und dann fällt mal ganz runter ne du disconnectest jetzt nicht du machst das jetzt so lange bis du das ja ich schaff den scheiß Eck Sprung nimm mal ja mach das mal mit Shift wenn du das nicht mehr machst sowieso mach ich die ganze Zeit schon du Arsch ähm Shift oder äh Steuerung meinst du jetzt ich bring die ganze Zeit schon mit Shift jetzt läuft's NEIN ok nicht gestorben ich bin noch nicht gestorben wer das jetzt gedacht hat gehört verflucht wer das jetzt gedacht hat gehört verflucht ich will gar nicht wissen wie lange ich jetzt hier schon irgendwie älter geworden bin durch diesen Parkour ach wisst er was ach wisst er was ne wir wissen das jetzt nicht jetzt mach das einfach hopp weg äh da so da so da so da so da so da so so zack die Sprünge da unten wieder übersprungen und Rinder ja boah wie du dir einfach das Leben hier einfach machen kannst so jetzt muss ich endlich mal nochmal diesen Sprung hier schaffen der Leashed genau in the middle of the street vorletzter Sprung bin ich abgeschissen am vorletzten Sprung ich wollte schon ja rufen und dann springe ich daneben so fuck wie weit bist du so das geht dich ja nichts an du blöde Kuh ach so bist du bestimmt schon ganz oben oder du wartest eigentlich nur da oben auf mich ah easy da oben warten jetzt mal ehrlich wo bist du wo sag ich denn warum nicht weil ich jetzt ne Schweigeminute einlege so und ich hoffe dass ich den Sprung schaffe und dann mach ich dich aus bist nicht mal da oben auf der Zunge ist mit dir hä siehst du mich ok ne eigentlich nicht deswegen ne eigentlich nicht deswegen ah waaaah da wat kann ich net seine ne ja ich bin gestorben will ich anmerken einfach komplett runter gefallen Wo warst du? Jetzt kannst du mir das ja sagen. Nee, das sag ich nicht. Bestimmt irgendwie komplett am Anfang. Nee, nicht am Anfang. Oh Mann. Ich glaub, diese Map spiel ich nie wieder. Ohne Spaß, Willi. Vielleicht ohne Scheiß, keine Lust mehr. Ja, ja, mach jetzt weiter, das schaffen wir. Meine Fresse. Keine Geduld bei diesem Turm. Das ist kein Turm, das ist ne Schlange. Scheißegal, ob das ne Schlange ist. Dann hier nen verkackten Turm. Oh, jetzt schaff ich schon wieder den Ecksprung am Anfang nicht. Was ist denn da für ne Scheiße? Also bei mir gehts eigentlich relativ gut jetzt. Du kannst dich schon mal drauf einstellen, dass ich heute Abend nix mehr mit dir zocke. Warum? Oh Mann. Hier gibt's doch gar keine Oma, was willst du jetzt? Bei 50, bei 50 warte ich einfach, dass Willi das fertig macht. Jetzt keine Lust mehr. Die regt mich so auf! Ja, mein Schatz, warte, ich mach das gleich fertig. Ich bin gleich soweit. Und du weißt schon, dass du dann heute gar keine Runde gewonnen hast. Das ist mir scheißegal. Riccardo gibt kampflos aus. Was ist nur mit dieser Jugend los? Die Jugend von heute, Leute, Leute. Die ist echt leichte Beute. So. Zunge aufste Schlangen. Nein! Boah, Willi, mach doch mal fertig jetzt. Ich bin schon wieder am letzten Sprung vorbeigesprungen. Oh Mann. Du regst mich auf, weißt du das? Ich reg mich grad selbst auf. Mach doch mal fertig. Du bist Mongo. Das ist alles wegen dir. Du bist scheiße. Nee, du bist scheiße. Du schaffst den letzten Sprung nicht. Halt die Fresse jetzt. Mach jetzt! Ja, will ich. Ich glaub auch nicht. Ich glaub auch nicht. Los, hopp! Wir ragen jetzt so richtig, dass die Leute alle denken, dass wir in zwei gehen. Los! Nein. Du bist ein Arschloch. Dankeschön, mein Schatz. Du kannst nix. Du bist ne Hure. Was siehst du rechts im Fenster? 48 schon. 48 mal ne Hure? Okay. So! Jetzt! Du musst da hoch. Nein! Oh, das kann das sein! Ich schaff den Sprung nicht! Was ist denn das du? Von dem Clawstone wieder auf die Schlange drauf. Was ist denn das für ein scheiß Sprung? Der ist voll einfach. Nee, ist er nicht? Doch. Einmal versuchst du es jetzt noch, ne? Ich bin schon wieder auf der Schlange. Ruhe im Schacht. Wenn du wüsstest, was du dir alles mit so einem kleinen Shot gerade ersparen kannst, ne? Dann würdest du das gerne nochmal probieren. Boah, ich hab gerade recht. Boah, tschüss. Boah, tschüss. Fertig. Kann mittlerweile jetzt schon nicht mehr sterben. Das? Ich lauf schon unten auf dem Eis rum. Ich komm jetzt zu deinem Turm. Ich komm gerade zu deinem Turm gelaufen. Fick dich. Jo, ich bin rausgeflogen. Dieser Sche... Wie, du bist rausgeflogen? Connection lost! Eh net! Read time... Ohne Scheiß! Du bist aber immer nur hier drin. Ich konnte gerade zu deinem Turm laufen, konnte gerade zu dir hochkommen. Fuck! Ey, ihr glaubt jetzt aber, wie ich mich jetzt hier noch reinschmeiße, um diese Scheiße zu machen. Vielen Dank, Minecraft, dass du mich rausgeworfen hast. Scheiße, wins the game. Naja, gut. Dann bedanke ich mich einfach fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu lange gedauert. Und wenn doch, dann tut es mir very, very leid. Wahrscheinlich heute dann zwei Folgen oder heute und morgen eine Folge oder so irgendwas. Danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!